Ein Wagen vom Fort, wo ein Tier drinne vorkommt, wo den Uwe Angst vor hat. Ein Wagen vom Fort, wo ein Tier drinne vorkommt, wo den Uwe Angst vor hat. Die Frage ist halbrichtig. Wie heißt das Auto, wo das Tier drinne vorkommt? Pferdetransporter. Mustang, Ford Mustang. Ja, Manni, richtig. Was hat der Manni gesagt? Ford Mustang. Wo das Tier drinne ist, lass ich da drauf. Falsch. Uwe, wir werden beschissen. Nein, nein, nein. Der Pferdname drinne ist in dem Auto. Einfach das Pferd drinne. Ich hab das Pferd drinne, Transporter. Ich verantworte jetzt nicht mehr. Ich mach nicht viel mehr. Doch, wo das Pferd drinne ist, das ist im Grill drinne, das ist mit dem Lenkrad drinne. So, ganz normal heißt es, wo das in Autonamen drinne ist. Ja, ja, unser Peter. Oder ein Auto dran ist. Auto. Wie sagt dann? Untertitelung des ZDF, 2020